Wir heißen dich herzlich willkommen, besser gesagt aufs allerherzlichste Willkommen zum heutigen Tagesimpuls 19.08.24. Die Wunder. Glaubst du an Wunder? Solltest du. Wunder geschehen täglich, stündlich, minütlich, sekündlich. In dir geschieht heute ein Wunder. Sei aufmerksam. Halte den Fokus immer schön auf dich gerichtet. Denn heute, wenn der Moment kommt, oh mein Gott, ich schaffe es nicht, ich will nicht, lieber nochmal unter die Bettdecke verkriechen. Nein, schau genau hin. Du wirst, wenn du in dich hineinhörst. Ängste und Zweifel als Trugschluss erkennen. Ein Erkenntnis, ein Erkenntnis, die heute alles niederfegt. Das Wunder in dir schafft ein Wunder für dich. Du schaffst somit das Wunder im Außen. Angst hat heute in keinster Weise Platz, denn dein Wissen ist gefragt. Du denkst, du bist allein auf weiter Flur mit diesem Wissen? Maybe. Doch wen interessiert das? Halte den Fokus aufrecht. Heute kann dir ein Smaragd sehr viel Energie geben. Falls du keinen Smaragd hast, stelle ihn dir vor und bitte darum, dass er dir seine Energie überträgt. Alles wird heute sehr, sehr schnell gehen. Der Tag wird sehr, sehr schnell vorüber sein. Doch bleibe fokussiert auf das heute ein ganz, ganz großes Wunder für dich geschehen darf. So sei es. Wir wünschen dir einen gesegneten, sonnigen Tag.